Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, dieses Mal befasse ich mich mit der Frage, ob es sich lohnt, Fotos auf ButterFS zu speichern. Lohnt sich das Ganze überhaupt? Diese Folge hat so ein bisschen Staub und Spinnweben angesetzt, denn ich habe mir diese Frage im Oktober 2021 gestellt. Und was ich dabei so herausgefunden habe, für mich, vielleicht für euch, Interessantes, das erfahrt ihr gleich. ButterFS, was ist das überhaupt? Ja, es ist ein relativ junges Dateisystem, obwohl relativ ist immer sehr relativ bei Dateisystemen. Und das hat sehr viele interessante Funktionen. Zum einen eben Snapshots, die kann man eben direkt im laufenden Betrieb anlegen. Man kann sagen, ob man da reinschreiben möchte oder ob die nur lesbar sein sollen. Es gibt platzsparende Speichern von kleinen Dateien. Das war das, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Hm, das wäre vielleicht ein super Kandidat, um Fotos zu speichern, weil es ja relativ viele Dateien sind, die ja vielleicht nicht unbedingt klein sind, aber eben sehr viele und von wegen hier Sektorgrenzen auf Festplatten und so, dass sich da irgendwie was machen lässt, dass es gut ist. Dann gibt es Kompressionsmöglichkeit, tolle Checksummen, inkrementelle Backups, Trim-Optionen für SSDs, sodass der Controller auf der SSD mitgeteilt bekommt. Ja, übrigens, dieser Blog ist wieder frei. Verwende den bitte ja intern anders. Solche Sachen sind da mit bei. Und die Informationen findet ihr auf der Projektseite. Und darunter steht eben, wie man damit anfängt, wie der Status von einigen Funktionen ist und so weiter und so fort. Interessant dabei ist eigentlich, dass der Status von einigen Funktionen eben durch die Entwickler ja entsprechend eingeschätzt wird. Also es gibt Dinge, die halt komplett stabil sind und andere, die ja noch so ein bisschen experimentell und unstabil sind. Da müsst ihr halt selbst wissen, ob ihr das ausprobieren möchtet oder ob ihr diese Funktionen einfach deaktiviert lasst und dann eher auf der sicheren Seite seid. Oder wenn ihr ein bisschen experimentierfreudiger seid, dann könnt ihr die eben auch ausprobieren. Meine Idee dabei war eben, ja, dieses platzsparende Speichern von kleinen Dateien. Da dachte ich, oh, super, das wäre ein total toller Anwendungsfall für halt die Fotos, die ich über sehr viele Jahre jetzt gemacht habe mit diversen Kameras. Und ja, das könnte eventuell den benutzten Speicher auf einer Festplatte halt irgendwie optimieren, dass da halt mehr Fotos pro Gigabyte draufpassen. Also mehr Nutzdaten pro Roh-Speicherplatz auf der Festplatte oder SSD. Optional gibt es eben auch noch die Möglichkeit der Deduplizierung. Wenn ich jetzt irgendwie dieselben Fotos in zwei Verzeichnisse kopiert haben sollte, dann kann mir die Deduplizierung eben dabei helfen. Dann sieht die eben, aha, dasselbe Foto oder beziehungsweise dieselbe Datei gibt es in zwei verschiedenen Verzeichnissen. Wir brauchen nur eine Kopie speichern und im anderen Verzeichnis machen wir quasi eine Referenz da drauf. Also mir geht es bei dem, was ich jetzt da überprüft habe, eben bloß um das Speichern von Fotos. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wie das ist hier mit Snapshots oder Kompressionen, Checksummen, Backups und was auch immer da noch so drin ist. Ist wahrscheinlich ein sehr tolles Dateisystem für viele Zwecke. Mein Fokus war eben wirklich bloß Fotospeichern. Wenn ihr ein bisschen mehr zu ButterFS euch angucken wollt, Saint of Sinner, beziehungsweise der Micha, der auch bei den Tux-Tagen mit dabei ist, der hat hier einiges auf seiner Seite dazu gemacht und ihn gibt es eben auch auf Twitch. Jeden, ich glaube Donnerstag ist ein Techniktag, guckt da einfach mal bei ihm vorbei und er macht eben sehr viel mit ButterFS, installiert das denn unter Debian und macht da Snapshots mit und was weiß ich noch alles. Guckt da einfach mal bei ihm vorbei, wenn euch das in der Tiefe ein bisschen mehr interessiert. Dann so ein bisschen Grundlagen von mir, so ein ButterFS-Dateisystem, das kann sich eben auch über mehrere physikalische Datenträger ausstrecken. Also wir können Festplatten verwenden, SSDs oder eben auch Partitionen da drauf. Und über diese ganzen kann man eben ein gemeinsames Dateisystem anlegen. Das ist quasi so eine integrierte RAID-Funktion, die es auch in verschiedenen Leveln gibt. Und ja, man kann entweder die maximale Kapazität von Datenträgern ausnutzen, dass man hier so ein BOD, Bunch of Devices, macht. Also denen werden die Speicherkapazitäten einfach hintereinander geklebt. Dann wird quasi der erste Datenträger vollgeschrieben. Wenn der voll ist, wird der zweite genommen und immer so hinterhergeschrieben, bis nachher alle voll sind, wenn man genug Daten drauf hat. Dabei wird eben ja nichts gespiegelt oder so. Wenn einer von diesen Datenträgern kaputt ist, dann sind die Daten, die darauf physikalisch gespeichert sind, auch wirklich weg. Und das kann man eben machen, wenn einem die Daten nicht wirklich wichtig sind. Man einfach bloß irgendwie Speicher über verschiedene Geräte braucht, die eine unterschiedliche Größe hat. Die Metadaten, also quasi die Verwaltungsinformationen, die eben neben den Nutzdaten auch da sind und gebraucht werden, die werden allerdings auf alle Geräte gespiegelt. Aber eben, ja, wenn die Datei auf einem kaputten Datenträger liegt, dann ist sie eben auch weg. Dann haben wir verschiedene Rate-Level, zum Beispiel Rate-Level 1.0. Da können eben Daten und Metadaten so gespeichert werden, dass die auch redundant über mehrere physikalische Datenträger abgespeichert werden. Da ist dann eben so ein Aufruf hier MKFS-BTRFS-M. Da gibt man das, ja, Verteilungsschema für die Metadaten an. Das ist dann hier auch eben dieses Rate 10. Und dann haben wir hier einmal, wie die Daten redundant gespeichert werden sollen. Das nehmen wir da nochmal genauso. Im Anschluss folgt jetzt eine Liste mit den einzelnen Geräten. Also hier ist es einfach so eine Liste mit verschiedenen Festplatten. Hierbei sollten sie eben alle gleich groß sein. Ansonsten bestimmt, glaube ich, dort wie bei anderen Rate-Systemen eben auch die kleinste von diesen Datenträgern, wie groß dieser Gesamtverbund ist. Also wenn jetzt hier die kleinste 1 GB wäre, hätte man hier 1, 2, 3, 4. Also hätten wir dann insgesamt 4 GB Speicher, Rohspeicher denn. Und bei Rate 1.0, ich glaube, da fällt 1 raus. Guckt euch das irgendwo mal an, wie das mit den Rate-Leveln ist. Da steht das bei Wikipedia nochmal genauer. Also ihr habt ja immer durch die Redundanz einen Verschnitt dabei. Und der hilft euch im Falle, dass ein physikalischer Datenträger kaputt ist, dass denn Informationen nicht verloren gehen, dass ihr dann einfach einen neuen physikalischen Datenträger nachstecken könnt. Und dann werden die Daten wieder so synchronisiert, dass das wieder verteilt ist. Und je nach Rate, Level können mehr Datenträger ausfallen oder eben auch weniger. Ja, zusätzliche Informationen findet ihr eben unter der Man-Page des Projektes oder auch wie man jetzt hier ButterFS mit verschiedenen Geräten überhaupt einsetzen kann. Nachdem wir so ein Dateisystem angelegt haben, wollen wir es natürlich auch noch irgendwie mounten. Und wenn wir jetzt hier so ein Dateisystem erstellt haben mit verschiedenen Geräten hier, physikalischen Geräten, dann können wir es einfach mounten unter MNT in meinem Beispielfall hier, indem wir eins von diesen Geräten aus diesem Verbund einfach nehmen. Mount, irgendein Gerät hier, zum Beispiel das hier, ich könnte auch SDC nehmen und dann wird das halt gemountet und dann puzzelt ButterFS das so zusammen, dass ihr dann das Ganze gemountet habt. Von dem Allgemeinen wieder zurück zu dem, was ich damit vorhatte. Ich habe mir jetzt so einen Testfall zusammengebastelt. Ich hatte meine Fotos hier auf einer 1TB USB-Festplatte, habe dann ein Raspberry Pi 4 genommen unter dem Raspberry Pi OS, was ich damals hatte. Das war, glaube ich, die Variante noch, die auf dem DBN10 basiert. Und dann habe ich das Ganze eben umkopiert auf eine neue 2TB Platte. Die habe ich eben einmal mit ButterFS formatiert und einmal mit EXT 4. Das hat eine gewisse Zeit halt gelaufen. Der Pi ist jetzt noch nicht unbedingt so ein Hochleistungsteil. Und ja, die Festplatten, da gibt es heutzutage deutlich schnellere. Von daher, die Zeit war mir da relativ egal. Das hat dann irgendwie danach durchgelaufen und war es, glaube ich, auch drüben. Dann habe ich mir einmal angeguckt hier, verschiedene Dinge, also Größe des Gerätes. Da habe ich mit Parted halt geguckt. Wurde als STB beim Pi eben, ja, verfügbar gemacht. Das sind hier eben diese 2TB jeweils. Da es derselbe Datenträger ist, muss es auch gleich sein. Sicherheitshalber habe ich nach dem Kopieren auch nochmal geguckt, ob wirklich alle Verzeichnisse mitgekommen sind. War jetzt eine ganze Menge schon. Dann, wie viele Dateien das sind. Das sind auch einige. Also im Laufe der Jahre, ja, sammelt sich eine ganze Menge. Ob ich die jetzt nun alle bräuchte, die sind natürlich nicht alle was geworden. Ist immer so eine Frage, aber speichert es relativ günstig. Also hebe ich sowas denn auf? Dann der Verbrauch. Also wie viele Nutzdaten jetzt wirklich dort drauf gelandet sind. Das muss eben auch gleich sein. Aber ich habe sicherheitshalber alles überprüft. Dann zum ersten Unterschied hier das Mounten, also das Einbinden von einem einzelnen ButterFS-Dateisystem auf einem physikalischen Datenträger. Da haben wir eine ziemlich unterschiedliche Zeit, wie lange das auf dem Pi dauert. Also hier ein bisschen mehr als sechs Sekunden dauert das Mounten von dem Dateisystem und das EXT4, das geht wahnsinnig schnell im Gegensatz. Also das ist unter einer Sekunde. Nehmt diese Daten nicht so genau. Also ich habe jetzt keine, ja, 100 Testreihen oder so gemacht, ausprobiert, so einen Mittelwert gebildet. Das war eben das, was ich jetzt so nach zwei Malen da durchprobiert habe. Und von daher, das kam ungefähr so hin. Also wie, wie man immer sagt, wer misst, 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 stimmt in diesem Fall auch. Also es ist keine Testreihe, die sich jetzt nun nachvollziehen lässt. Das war jetzt wirklich das, was bei mir rausgekommen ist. Und ja, von daher kein Benchmark oder so. Genau dasselbe habe ich mit dem Aushängen gemacht. Da habe ich auch wieder die Zeit gemessen. Da war hier ButterFS mit doch ziemlich langsamen 36 Sekunden dabei. Also das war auch, nachdem die Daten auch wirklich schon lange drauf geschrieben wurden. Also das ist nicht so, dass die Daten vielleicht noch irgendwie so ein bisschen in so einem Zwischenpuffer im Arbeitsspeicher hängen geblieben sind. Und dennoch physikalisch geschrieben werden mussten. Das war schon längst vorbei. Also das pure Aushängen nach quasi einmal, ich gucke da einmal drauf, mache einmal LS und hänge das wieder aus. Das waren 36 Sekunden. Hat mich erstaunt, dass es so lange dauert. Und bei dem X4 sind wir halt hier mit, ja, mit sehr wenig Zeit dabei. Nach der Kopieraktion habe ich mir angeguckt mit Disk Free, wie es um den freien Speicher bestellt ist. Mit hier BM will ich denn die Blockgröße von einem Megabyte da haben und dann wird mir das eben auch so aufgezählt. Ja, das Bild ist jetzt so ein bisschen gemischt von den Zahlen her. Also ButterFS, da haben wir eben mehr Blöcke insgesamt, die ein Megabyte groß sind, auf demselben physikalischen Datenträger als bei X4. Ich habe das mal ausgerechnet hier, 26.835 Blöcke. Mehr gibt es da. Dagegen werden bei ButterFS eben mehr Blöcke auch verwendet, um die Fotos zu speichern. Also dort werden wahrscheinlich mehr Metadaten hinterlegt als bei X4. Da haben wir jetzt einen, ja, wenn man es so will, kleinen Vorsprung von X4 von 3291 Blöcken. Also ein bisschen über, ja, 3 GB, quasi 3,3 GB, die wir da bei X4 eben weniger haben. Und bei verfügbar sieht es eben auch so aus, dass unter ButterFS wiederum mehr Blöcke noch verfügbar sind als unter X4. Von daher, ja, weiß ich nicht so genau, wie das dann ist. Ob das langfristig, wenn ich jetzt diese Platte halt vollschreiben würde, ob da nun ButterFS oder X4 wirklich das bessere Dateisystem sind und ob man eventuell mit speziellen Kompressionseinstellungen noch ein bisschen mehr rausholen kann. Wobei ich das bei JPEG als Dateiformat, was ja selbst schon komprimiert ist, eher so ein bisschen fraglich finde. Mit der Deduplizierung könnte man vielleicht auch noch so ein bisschen Speicher dabei sparen. Ja, und mein, ja, mein letztendliches Fazit oder das, was ich mir als Lehre daraus gezogen habe, ist, ich brauche es nicht. Also ich brauche es nicht unbedingt für meinen Anwendungsfall, um da drauf Fotos zu speichern. Von daher bleibe ich jetzt erstmal bei X4. Das hat mich jetzt schon sehr lange, ja, begleitet, das Dateisystem, und ich hatte damit noch nie Probleme. Und da ich meine Fotos eigentlich ungern irgendwas anvertraue, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das auch, ja, ausfallsicher ist und so weiter, bleibe ich halt bei X4. Auch wenn ich jetzt mit einem längerfristigen Test vielleicht rausfinden würde, naja, wenn ich das wirklich bis zur Grenze vollschreibe, den Datenträger, dann kriege ich vielleicht bei ButterFS ein paar Bilder mehr unter als bei X4. Ja, wie gesagt, also ich habe hier 46% jeweils bei den Datenträgern ausgenutzt. Also die waren nicht mal zur Hälfte voll. Von daher mag das sein, dass sich da noch ein bisschen was rausholen lässt. Ja, das war jetzt so eine, ich habe mal Dinge ausprobiert und bin zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen. Ich habe mir überlegt, dass ich das hinterher nicht brauche. Ich hoffe, es hat euch dennoch geholfen. Guckt bei Micha mal vorbei, bei Saint of Sinner, was er da so gemacht hat. Also das ist so ein bisschen fundierter und er macht auch tolle Dinge damit. Guckt euch das mal an. Ansonsten hier Glocke drücken, abonnieren und bis dann. Und tschüss. Glocke drücken, abonnieren und bis dann, 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 bis dann Untertitelung des ZDF, 2020